ich habe die lampe kaputt gemacht weiß nicht ob mir das irgendwas bringt was schon wieder nein ok doch ich muss nicht schon wieder irgendwie von einem freundlichen vorbeikommenden menschen oder typen oder was auch immer das alles sind gerettet werden was ist das okay bestimmt irgendwas wichtig ist aha das ist für das teil ich habe jetzt eins oder ein teil von einem oder weiß es nicht genau egal es war bestimmt sinnvoll und wichtig dass das jetzt eingesammelt habe dann gehe ich einfach mal weiter ich bin aufzug nehmen sie gerade zumindest nicht wo ich sonst lang kann beziehungsweise vielleicht vielleicht rechts ist doch mal was rumgerannt da kommt mir auch bestimmt irgendwie hin ich vorhin nicht licht oder habe ich alles nicht ja ich sollte nicht immer über gute springen vor allem wenn ich so wenig leben habe hier wieder hoch da ist mehr licht oh wieder so ein gelbes ding also ich glaube die sind zum fähigkeiten upgraden irgendwie aber ich weiß nicht genau ob ich jetzt schon zwei habe oder ob die wenn ich vier habe dann zu einem werden oder wie auch immer so quasi das sieht nach so einem teleporter aus wie sieht denn die karte aus habe ich denn dinge verpasst ja ich habe den teleporter da jetzt nein ich bin doch eigentlich ganz gut aus also ja also es sieht so aus nach rechts geht es irgendwo rein und irgendwelche extra zeug nach unten nach unten nach unten okay da kann ich nicht hin dann weiß nicht möchte ja vielleicht erst mal das gebiet der kunden bevor ich zum boss komme ich erstmal nach rechts oder komme ich da zum boss komm erst mal rechts gegen den uhrzeigers sind super was für sich paulkappen paulkappen vielleicht äh rein ne da oben erstmal noch was ist ja jetzt auch zu warum ist denn überall zu was soll denn das wohl nicht fair aber das sieht nach irgendwas lautigem aus aber nicht habe ich mich da etwa getäuscht oder kommt man da wird zurück oder so ja man weiß es nicht ach irgendwie geht es dem typ echt nicht gut überrascht wie wenig gegner da rumrennt ich dachte man ist da dann die ganze zeit am kämpfen aber das scheint ja irgendwie nicht so ganz der fall zu sein ich meine ich habe jetzt ganze ihr sinnvolle gegner getötet die die komische spinnen vorher werde ich jetzt nicht so ganz oder soll ich die auch zählen weiß ich nicht ich hätte mich nicht beschweren sollen ich hätte mich nicht beschweren sollen oh 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 ein schalter leben leben sind schön leben nehme ich gerne er kann hier nach unten oder geht es nur noch nach links ich glaube es geht nur noch links noch mehr leben wunderbar nicht aber voll oh ist das ouch äh ich meine gerade noch so schlimm sind die ja gar nicht aber wenn da mehrere auf einmal kommen wird das böse okay ich habe ich bin zwar quasi gegen das fiech gedasht aber hups eigentlich wollte ich gerade daschen naja ja dann weiß ich auch warum sie mir gerade so viel leben gegeben haben dass ich sie alle wieder verbrauchen kann fantastisch was ok hm da ist halt nicht wo ich lang muss na gut das sieht aus als ob es vor allem runter geht also kann ich erstmal umschauen ob es da ich verstehe die karte nicht was also ich bin schon wieder so tot ah ok nochmal so ein gelbes ding oh keine schüsse mehr hm ja geht doch ah wie das so ein lieder ding ah nach oben ging es aber nach links konnte ich vorher nicht weil da die blöcke sind und hier ist der schalter dafür tadaaa fantastisch i like i like äh die frage ist möchte ich da jetzt schon wieder hoch weil ich kann ja mal schauen wo ich rauskomme ach ne das geht noch weiter runter ah ne das geht noch weiter runter hm hm ok okay das ist ein crossfield das ist ein crossfield nein fuck äh hm ja hm ne nicht jetzt ach so ich bin jetzt direkt ja ok sind die checkpoints recht fair ja der heal hätte nicht sein müssen aber hm jetzt will ich doch noch da oben erstmal noch gucken weil hier geht es ja schon irgendwie weiter aber vielleicht da unten auch vielleicht gibt es ja noch was sinnvolles aber wie gesagt ich verstehe die karte nicht weil ich war ja gerade in dem raum plötzlich wenn ich da auch so rüber laufen oder ach die gegner sind respawn oder was das war mir auch nicht so ganz klar stirbt au das war knapp aah dann feile ich mich erstmal au das scheint wohl so ach fuck die explosion sind böse aber warte mal wenn die viecher wieder da sind da vorher war doch ein haufen äh von diesen heildingern ach shit haben wir jetzt treffen lassen oder sind die auch wieder da? ne hä waren die heildinger da nicht vorher? ja wenn ihr schon gegen respawn könnt ihr mir auch mir bitte halfpacks geben ihr schweine ja hm oder ich denn jetzt respawn weil ich aus der anderen richtung kam oder sowas hier 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 ah fuck ich dachte ich staggern den irgendwie alter das ist nicht gesund hm hm das war nicht gut Aber ja, gut, da ist er. Ah, Tatsache. Das sind diese Dinger, mit denen man upgraden kann. Und ich brauche noch einen Haufen davon. Äh, hä, ich dachte, ich habe noch mehr. Okay, jetzt habe ich ihn nochmal an. He sniped. Okay, psst. Ich hätte auch rüber gehen können. Hm. Das ist ein Schalter. Ah, das macht die Brücke zum Teil auf. Interessant. Komm, yes, Leben. Fantastisch. Meine Leben sind gerade viel zu knapp. Okay. Ah, interessant. In der einen Seite müsste man Viejo töten, auf der anderen Seite waren so fallen Dinge. Also, die lassen sich hier halbwegs aggabel umgehen. Äh, so, quasi. Oh, liebe, liebe, like. Vor dem Ding da vorne nicht. Fucken, ich bin bestimmt gleich ab. Ah, Tatsache. Ich brauche mich da halt irgendwie nicht zweimal zu dashen. Weil ich denke mir immer, dann falle ich gleich wieder ins Fass. Oh. Oh. Oh, interessant. Jetzt habe ich das hier aufgemacht. Da war ich doch vorher schon. Ja. Sehr schön. Äh. Hm. Sieht so aus, als müsste ich da schnell sein. Oh, fuck. Nein. Fuck, ich hoffe, es war ein Checkpoint, das ich aufgemacht hatte. Ah, puh. Zum Glück. Also, muss ich ja echt von links nach rechts. Ich kann... Mir kommt so vor, als würde, wenn ich es mit dem richtigen Timing machen würde, wäre die Zeitspanne minimal kleiner. Aber ich weiß nicht, muss es sein? Das kann es doch eigentlich nicht sein. Es scheint ja schon, äh, ein bisschen knapp zu sein, oder? Oder wenn ich es einfach hämmere? Also, irgendwie, das ist echt eine Stelle, wo ich jetzt nicht weiß, ob das so gedacht ist, oder kriegt man da noch irgendeinen Skill, wo mir das einfacher wird, oder so? Weil ich habe nach jedem Jump so ein kleines Delay, dass ich nicht gleich weiterhüpfen kann. Vielleicht habe ich jetzt Timing. Oder auch nicht. Aber mir kommt es halt so vor, die lösen aus, wenn ich draufhüpfe. Also... Oder vielleicht das Problem mit dem Weiterlaufen. Kann ich einfach irgendwie dashen und dann... Okay, bei zwei hat es jetzt geklappt, dass ich, äh, keinen Feuerschaden gekriegt habe. Aber, mhm... Ich glaube, das sollte ich nicht lang. Dann meinen die das ernst, dass man da rüber soll? Nein, nein, ich meine, ich kriege eins so... Spielpunkt dafür, wie es aussieht. Das sieht mir jetzt ziemlich bösartig aus, muss ich sagen. Hm. Ich glaube, ich lasse das. Erstmal. Ich glaube, das bringt nichts. Joach, gehen wir doch mal da weiter, wo ich vorher die Tür aufgemacht habe. Und vorher auch verreckt bin. Ich habe ja eigentlich genug Hellspacks und so. Ja, zu viel Hips. Ich habe doch eigentlich gedasht. Mal an. Na gut, wenn man das konsequent macht, dann ist es auch nicht so schwer. Äh... Äh... Was? Sonst hat er doch immer länger gewartet. Mal an. Naja, ich hätte mich auch einfach mal heilen können. Ich habe doch gegen Hellspacks. Was mache ich denn eigentlich? Mann, Mann, Mann. Nehmen noch mal. Ah, die kann man sogar töten, während sie dann anspringen. Das ist auch okay. Oh, fuck. Ich muss auch wirklich zur Seite dashen. Das ist auch sauber. Ah, fuck. Oh, fuck. Oh. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Oh, fuck. Ich habe ja gar keine Mission mehr. Oh, fuck. Ich habe ja gar keine Mission mehr. Oh, fuck. Oh. Ah, das ist ja fies. Immerhin treffe ich ja auch mit der Pistole teilweise mittlerweile. Oh, jetzt hat er den tollen Move gemacht, weil ich den Raum geschafft habe, oder was. und wieder so ein petal das irgendwie nicht okay da geht es auf jeden fall noch rüber was sind die roten dinge ich weiß es nicht das ist ein leben ja dann schauen wir doch mal was durch die tür ist da vorne geht zumindest auf